Was? Wo waren Sie in den letzten drei Tagen? Wieso? Hier? Äh, zu Hause, aber... Und? Irgendwas Besonderes vorgefunden? Ich meine, streit mit dem Freund? Lebenspartner oder sowas? Ich bin Single. Aha. Dieser Hautausschlag. Nun ja, wir haben darin Leichenbakterien gefunden. Bitte? Leichenbakterien? Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in Ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Granter, haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, ja... Irgendwelche Partys? Kontaktbörse? Singletreffs? Hallo? Ich glaube, ich hole mal lieber einen Schluck Wasser, oder? Ja, von mir aus. Ich glaube, ich kann nicht überleicht, mit dem Sie, ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017